Herzlich Willkommen zurück zu WWL 2K16 im Tech Team Match und zwar Diego und Fernando, ich und Dallu quasi und die Usos, die nächsten Kipps und Sachsen. Quack, quack, meine Hose hängt im Boden. Genau, jetzt direkt zu zweit. Ich hab keine Hose, meine Hose hängt im Boden. Wen zählt er aus? Wen zählt er aus? Mich. Wir müssen hier raus. Du musst raus, Mannes, du musst raus. Ja, ich weiß. Ich hab grad echt einen Spielfehler. Ich hab keinen Unterkörper, meine ganze Hose hängt irgendwo unter der Arena. Die kommen wieder an. Leg mir, die kommen wieder an. Das ist super für eine Arschkraft. Oh! Hier ist ein Mann. Ey, 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 ey. Ey, ich muss das nicht abziehen. Ey, ey, das ist aber immer an. Ey, das ist auch eine Arschkette. Wow. Running Drop-Nag. Er ist ein auch voll geil eigentlich. Ne, ich kann. Ey, das... Er zieht dich wieder aus, Mann, das er zieht dich aus, er zieht dich aus, er zieht dich aus! Dann sieht er im Schlecht, wo er gerade ist, oder? Warum macht der Schiri nichts? Ich weiß nicht, was bist du so krank? Alter, er pfeift den Sachsen, aber... Jetzt reißt's! Er will dich auszählen! Er will wieder dich auszählen, das gibt's doch gar nicht! Er steht jetzt bewusst an! Was greifst du mich an, du Klon? Er steht jetzt wieder da! Er zieht Sachse aus! Äh... Und der Rest starte zu count! Oh, wait! Nice Reversal! Und da ist der count! Ich habe kein Problem, es hängt hier aus! Mannos! Ja du! Fertig! Ach! Nein! Oh nein! Ah die Zähne aus! Mannos! Mannos! Sagst du dumm Blitz! Na wenn ich fliege, macht er nichts! Ich muss irgendwie wieder in den Ring, ich muss wieder in den Ring! Manus muss hier hin! Manus! Manus muss hier hin! Ich bin gespannt, dass er nicht mehr zu sein ist! Nein, ich muss noch mal aufhören! Ich bin nicht von der Rang! 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 Das ist das Spinn, ey. Das ist alle jetzt. Anders, komm an den Ringrand. Du musst hoch. Ich bin da rein. Ja, ich geh raus. Geh raus, komm komm komm. Ja, komm komm komm. Geh hoch, Mannus. Zieh ihn wieder runter. Oh Mannus. Komm her, Sachse. Sachse in die Ecke. Die wollen abklatschen. Wir haben, wir haben. Schön. Mannus, nur weil du holst's Kopf. Moment, ich geh nicht so schnell. Was? Hä? Lass die, lass die. Das ist doch gut. Geh doch raus, Mannus. Erzähl dich aus. Danke. Und Mannus. Warte mal auf. Ja, ich kann doch nicht. Der Muni ist ja desiert grad. Ohhhh. Warte. Raus. Meine Fresse. Komm, dann mach ich mit drauf. Das ist so broken mit der Scheiß Steuerung. Nein, die war nicht mit drauf. Du hättest eh nicht zu mir gekonnt. Ich steh hier. Ich passe. Ja, jetzt musst du da warten, ey. Nach fünf Stunden. So. Jetzt warte, Alter. Er macht den Finisher. Alter. Nee. Ich komm rein. Das kann ich nicht zulassen. Ja, du hast gesehen, dass du rein wolltest. Nee. Nee. Du bist ja nicht mehr aufgehauen. Ey, ich kassier hier richtig. Nee, ja. Sehr gut. Sehr gut. Komm weg. Ja, ne. Komm weg, jetzt. Komm da nach oben. Ja, aber den müssen ja irgendwie gucken. Komm jetzt. Nein. Siehst du, ist das der der Quart? Ohhhh. 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 Daxa, weiter drauf. Schön, wenn du den rausholst. Komm schon da los, Willi. Na, das ging nach hinten los, Kollege. Daxa, du musst reinkommen. Ja, ja, ja. Das ist auch ne Alternative Physik, oder? Alter. Es kommt Fernandos weg. Ich hab' ja. Warte, warte, warte. Du zähl die nicht aus, ne? Das ist nur ne Schiebe. Ohhhh. Richtig. Beide klatschig hier. Ich kann nicht mal weglaufen. Ich will ja. Aber ich konnte nicht mal laufen. Der war so oft Dalu fix. Der war so oft Dalu fix. Der war so oft Dalu fixiert. Oh Gott. Ich will doch nur raus, ey. Mach ihn! Jaaaa! 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 Das wäre doch geiler geworden. Daxa, ihr zähl dich aus, Manus! Ja. Klopp auf ihn. Wć at oùẩnst! Du musst in die Ecke! Du musst in deine Ecke! Es geht去 rum! Komm, Jens! Jetzt geht er raus! Und dann komm' zu mir! Komm, 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 komm. Noch ein bisschen. Der Clutch, da. Jawohl, jetzt kommt rein. Ja, tu, warte. Sagst du, du musst wieder rein? Ja, so schön. Fack ihn gleich ab, wenn er kommt. L1, sagst du. L1 zum Feinders. Lass mich nicht schlagen, sonst ist es qualifiziert. Und jetzt in die Mitte des Reines. Und er lines. Jawohl. Rein. Nein. Warte, erzähl dich aus. Du bleibst schön da auf deiner Seite. Warum hört man auf zu rennen? Weil er keine Ausnahme hat. Was heißt denn halbe? Ja, dann. Ich flippe hier aus. Egal, er geht wieder rein. Und jetzt in die Mitte des Reines. Let's get this done inside the ring. Ich bin doch relativ fit, muss man sagen. Du mir. Weiter runter. Weiter runter? Er sieht so ein bisschen nicht. Achso, ja. Ja, aber da kannst du... Was machen die da jetzt? Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. komm schon zusammen der mutter so gut gewesen Da kann man gar nicht spielen machen, oder? Nee, du bist ja auch nicht. Das glaube ich nicht. Oh, das war nicht schlecht. Chiri! Ja, ja, ja. Alter, jetzt können wir hier umführen. Kann man den Chiri hauen? Ich trinke dieses Wattern im. Nein, hör doch auf, ich kann den noch gar nicht pinnen. Ach so? Hör auf, Sachse. Ja, Liquid wurde disqualifiziert. Warum? Weil der Sachse den Chiri absteht. Ja. Wow. Box mich erst halb kaputt, dann... Ey, Sachse. Das denk ich mal fair. Ja, den Sachsen kriegen wir noch. Den Sachsen kriegen wir noch! Der Chay-Wagons before they out of desperation. Du hast auch den Special fertig. I think this is it. Hallo. Special ist am Start. Ja. Hau raus. Ey, was ist das? Lässt du dich feiern? Ich hab' mich nicht feiern lassen! Du hast dich angehört, oder? Du hast dich angehört, oder? Nee! Oh, man! Jetzt! Überraschungs, der Sachse einfach aufzuschneiden ist. Oh, gosh! Hey, what do you want for your last meal? Da liegen die nebeneinander! Ohr an Ohr! Ja! Der war nicht schlecht! Der war nicht schlecht! Der war nicht schlecht! Oh, jetzt, 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 jetzt! Oh, Finisher! Jetzt kommt Fernando! Er kann nicht! Der war nicht! Ich weiß nicht, was ein Finisher ist. Vielleicht ist der, wenn der am Boden liegt. Das ist ja unbe... Ey, was soll das? No problem! Get it out of that one! Was hab' ich für'n Finisher? Das weiß ich ja nicht! Vielleicht hab' ich einen, wenn der am Boden liegt! Das sieht nach Finisher aus! Nee, der ist, dass wir nur uns im zweiten sind. Ja, und warum sind wir zum zweiten, äh, äh, zackst du mich rausgekischt hat? Vom Toprope vielleicht! Vom Toprope? Probier's einfach mal! Nee, nee, nee! Der Toprope ist auch falsch! Oh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht! Hey, komm! Oh, das ist ein krass! Er hat er den Finisher fertig und kann ihn nicht einsetzen. Was ist denn das? Er will einfach pinnen! Was ist das? Ich weiß nicht! So! Nein! Jawoll, er sagte! Oh mein Gott! Ernst! Das musst du jetzt aber auch, ne? Du hast mich früher alleine gelassen, Mann! Das ist wirklich ärgerlich, ne? Na gut! Das war's, Mann! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Das war's! Na gut, meine Freunde, dann! Schaut die Videobeschreibung in Deutschland! Alle Teilnehmer! Lass uns zusammen! Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder! Bis gleich! Tschüss! Tschüss! Tschüss!